so meine damen bekomme ich jetzt zurück zu einer runde mario party bei sideoxy und ne 5 aber wir freuen uns mal nicht zu früh letztes mal hatte ich auch so ein bisschen gemessen punkte gehabt und ey ich bin einer der ersten nice das folgen beziehung 1 und ein fahrer nicht schon wieder und vor allem dann diese und das kotzt doch ein an der festgegangen das ist doch nicht zum fassen ja hier außen rum kommen 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 10 das gibt es doch nicht ich habe mir gedacht einfach mal wieder eine runde mario party wäre doch nicht schlecht die kamen letzt mal auch nicht so schlecht an dadurch dass ich ja das ja nicht immer bringen und damit auch ein dauerhaften spämen von dem game bringen es ist eigentlich ziemlich gut dass ich das jetzt mal wieder bringen und so wie andere spiele transferfiver könnte man eigentlich auch mal wieder bringen das ist eben ein spiel was ewigkeiten braucht zum bearbeiten dadurch dass ich stimmen aufnehmen mario party ist dann eben nur noch so die sache mit dem schneiden bisschen und da war da ist das ziel da ist das ziel das ist das ist genauso wie letztes mal ich willkommen einfach eine strafe dafür dass ich keinen platz sieht keine ordentliche platzung geschafft habe so ich weiß nicht wann ich davon rauskommt die sports kommen ja sowieso immer so ein bisschen abwechselnd deswegen konnte ich hier kann ich jetzt nicht sagen ob ich vielleicht schon bei meinen eltern bin oder auch nicht aber eins kann ich sagen das spiel das spiel leitstellen spiel kann ich spielen im live stream ich habe gestern nachgefragt habe heute die antwort dafür bekommen es ist erlaubt dieses das spiel eben im live stream zu spielen 5 als entschuldigung vielleicht weiß ich nicht das heißt wir können in nächster zeit auch ein spiel ist war kein spiel was man so angeht kann als spiel trotzdem können leitstellen spiel super spielen das sind spiel wo man mal so reingucken und das ist ein spiel wo ich so verliere ich habe noch nicht mal den ersten sprung alter ja und leitstellen spiel ist ein spiel wo man eben ich kenne diese runde ich mache sowieso allgemein kein jump one sind schon schwierig hier durchzukommen was ich kann kein jump one also ich mache gerne vieles mein kopf aber bitte keine jump ones also ich weiß nicht warum ich keine jump ones möchte also ich glaube ich selber nicht ich bin weitergekommen geil ich freue mich muss ich jetzt lang haha Hey, komm, man muss es immer positiv sehen. Äh, wo muss ich denn jetzt hier lang? Ich bin außersehen hier runtergesprungen. Und jetzt muss ich... Hä? Also, wir jetzt alle nach und nach Mario Party verlassen, nur weil sie keinen Jump Run können, oder was? Guck mal, ich hätte gar nicht mehr hochkommen können. Geile Sache. Und eine Eins. Und freier Fall hinterher. Jedenfalls, äh, nochmal zurückzukommen, ähm... Das Leitstellen-Spiel ist ein Spiel, was, äh... Wo man Leitstölle spielt. Für Feuerwehr, Polizei und sonstigen. Äh, das war ein Scheiß-Spiel. Oh, wir haben es geschafft. Ich hätte nie gedacht, dass wir das schaffen. Alter, was soll denn das hier? Wir haben es geschafft, wie ein Schiff, wie ein Schiff. So habe ich... Ne, ich habe mich früher Zocker 21 genannt. Ah, hier fasse 3 hinterher. Ist nicht ganz so schlimm wie vorhin es trotzdem. Hm, hallo. Äh, äh, es ist eklig, wenn er sauernd zu leckt und dann hängt man in der Luft und dann kann man nichts machen und ach... Oh, ich habe es gleich 2 getötet. Das ist ziemlich nice. Und wir beide töten uns gegenseitig, auch nicht schlecht. Nein! Ich wollte doch... Ey, da bin ich direkt in die Mom-Range gelaufen. Ist das eklig. Ist das eklig. Guck mal, jetzt bin ich wieder 4. Und gleich ist bestimmt die Runde vorbei. Und dann bin ich wieder hier, äh... Und dann bin ich wieder keine Platzierung und... Ach. Einfach eine 5-Weiß-Belonung. Schichtstand. Und wir sind 7. Platz auf dem 21. Feld. Ja, ich glaube, wir werden nichts mehr. Aber wichtig ist, dass es Spaß macht, die Runde. Und das ist das Einzige, was wirklich sein muss. Ja, 8 Punkte. Nice. Guck mal, warum kriegen die da drüben die ganzen Extra-Items? Weißt du, ein paar Mal treffe ich, aber dann treffe ich wieder mal nicht. 5. Platz. Hätte ich vielleicht einen explosiven Pfeil noch eingesetzt, wäre es vielleicht besser gewesen. So, der 1. braucht nur noch 7 Felder bis zum Ziel. Wir noch 19. Und wir haben Reihenfolge. Och nein, habe ich doch letztes Mal schon verkackt. Das geht sogar auf Zeit, sehe ich gerade. Ach du. Nein! Ausgeschieden. Ich wusste jetzt nicht... Ah. Ganz knapp. Und wir sind... Och, das hat die ganze Zeit so wunderschön geklappt. Ich habe gedacht, ich werde jetzt noch dritter oder so. Ah. Dim, dim. Oh, nein. Oh, wir sind weiterge... Ah. Oh. Das war die... Ist die Strafe dafür. Und natürlich noch Deathcube. Schön als letzte Runde. Gefällt mir überhaupt nicht. Aber okay. Und ich merke, ich muss unbedingt mit anderen Leuten spielen. Sonst macht das überhaupt keinen Spaß hier. Weil was haben wir sonst hier? Wir haben sonst Musik noch eingespielt und das war's. Wir reden ja noch gar nicht so viel. Das ist ja... Das ist richtig fucking scheiße. Finde ich jetzt persönlich. Beim Let's Play sollte man da schon ein bisschen mehr reden. Rede ich natürlich in anderen Parts oder anderen Sachen rede ich natürlich viel, viel mehr. Trotzdem, man müsste auch mal hier ein bisschen mehr reden. Was bringt denn das sonst? Bis jetzt sieht das relativ gut für uns aus. Das gefällt mir, wie es aussieht. Aber wir haben halt keinen Cube mehr. Was relativ scheiße ist. Ah, der ist das oben. Wenn wir mal diesmal das schaffen. Das sieht relativ gut für uns dieses Mal aus. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Oh, fuck, schade. Wir hätten es uns bestimmt gut geschafft. Ist jetzt auch egal. Das ist sowieso die letzte Runde gewesen. Wir hätten sowieso nichts mal geschafft. Selbst bei einer 3 und einer 3 oder sowas. Wenn wir jetzt noch 3,4 Meter da vorne. Wir wären mal vielleicht bei dem da vorne gewesen. Bei Luigi. Aber okay. Wir sind 8er Platz. Uns hätten noch 14 Fehler gefehlt. So, wenn euch der ganz Part gefallen hat, dann gebt einen Daumen rum. Wenn nicht einen Daumen runter. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr sehen möchtet oder auch nicht. Schreibt mir auch mal rein, mit wem ich vielleicht gemeinsam mal zocken soll. Natürlich jetzt nicht mit Kronk oder sowas. Sonst kann man jemanden rumfragen. Oder ihr findet irgendjemanden, der mit mir zocken möchte. Wäre natürlich auch nicht so mies. Wird ich bestimmt nicht ablehnen. Dann bis zum nächsten Mal zackt euch, man's awards. Ciao, ciao.